Ich teile deine Liebe, ich teile deine Wut, ich teile deine Liebe. Mein Name ist Felix. Das Musikprojekt, mit dem ich heute hier bin, das heißt FENÈ, das ist mein Solo-Projekt. Ich nenne es Popmusik mit Inhalt. Es ist relativ ausgeglichen, ein Teil der Songs sind Show-Demir-Law-Songs und ein anderer Teil sind sozialkritische Sachen, in denen ich die Probleme, die ich in der Gesellschaft sehe, inhaltlich verarbeite und Lösungsansätze gebe. Das ist vielleicht nicht zu übertrieben, aber ich zeige auch, was mich stört. Musik macht mich glücklich einfach. Also ich komponiere sehr, sehr gerne. Also einfach zu Hause rumsitzen. Und dann, also diese Musik, heute ist es mit Akustikgitarre, sonst ist es mit Keyboard und Synthes und sowas alles. Und ich sitze gerne einfach rum und bastle so lange, bis mir der Song gefällt. Und live spielen liebe ich auch sehr. Also das Gefühl, ja, erstmal diese Nervosität vor dem ersten Song. Und wenn dann die Leute klatschen und man merkt, okay, es funktioniert so, wie ich mir das zu Hause gedacht habe, ist einfach ein Gefühl, das kriege ich nirgendwo anders. Und deswegen seit, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 16, dann mach ich Musik und ich würde nicht, ich möchte nie wieder aufhören damit. Alles.